Die gruseligsten TikToks. Wirst du es schaffen, dieses Video bis zum Ende zu schauen? Top! Die Wette gilt. Mann in einer Maske, der vor der Tür steht. Oder etwas noch gruselig schlimmeres Masken. Was ist das denn, Mann? Was ist denn das? Uuuuh! Ah, ah. Bro, oh mein, ist der nackt? Ist der nackt? Okay, Mutter, stell dir mal vor, du guckst da an die Fensterscheibe und auf einmal steht der Nachbar Opa Freddy vor der Tür. Nackt! Freddy, Mann, verdammt nochmal, Alter, warum bist du schon wieder nackt in meinem Garten, Alter? Freddy, zieh Leine, Mann. Also, wenn ein nackter Opa in eurem Garten steht, Bruder, ist mir egal, ob das verflucht ist oder nicht. Bro, renn, keine Ahnung, das ist weird, renn einfach. Was würdest du machen? Okay, wir sind da. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Bruder! Oh, warte, Freunde, ich muss wo sie wechseln, warte. Sie ist voll, oh, nicht hinschauen, Freunde, oh, dann kommt sie aus allen Quälen raus. Freunde, warte kurz. Ein Heewischkeit später. So, Freunde, so, bin wieder da, oh, hat man gesehen, oh, Mist, man hat gesehen, dass ich die gleiche Hose anhab, oder? Verdammt nochmal, Alter, was soll ich sagen? Ich werde mich gleich eh nochmal einkacken. Das Gesicht eines Demos. Oh, Smash, Baby. Oh, ich dachte, da kommt noch ein Jump-Scare. Hat jemand ihr Instagram? Bitte, ich schreibe sie an, Bruder, Digga, was soll ich sagen, Alter? Ich hab ne Schwäche dafür, Alter. Erschreckender indonesischer Dämon. Das war ja ganz weird. Ke Puede Ser. Weiß ich mal, was das heißt? Oh, mein Gott, vollgekackte Roseläster. Oh, mein Gott, Digga. Ja, Digga, jetzt. Freunde, so, jetzt wird's wirklich Zeit. Nicht gucken, verdammt. Übrigens, 70% haben diesen Kanal immer noch nicht abonniert. Was soll das? Komm, mach jetzt, abonniert den Kanal, sonst hätte sich die Jungs nämlich ganz gedegen mal heute Nacht auf euch. Okay, schaut ganz genau hin, Stimm. Was war das denn? Nothing back there, right? Was passiert hier? There's never... Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein... Warte, das Licht ist ausgegangen, Digga, Alter, das ist ja... Das ist das Gleiche, wenn ich mach so... Hallo, ist da wer? Hallo? Ist da... Ist da jemand? Hallo? Ich hör dich. Oh, mein Gott! Pero Fee Van Dasma. Ja, das ist ein Geist. Wie kann der Typ den nicht sehen? Ist der blind? Okay, Bruder, der Typ ist anscheinend einfach nur blind. Animals que no... Digga, also können wir mal wieder Deutsch hier oder Englisch? Wer flog jetzt hier... Oh, ist das ein Ziege mit einem Augenblick? What the hell, Bro? Gibt's das wirklich oder ist das Fake? Oh, das kenn ich, das ist die echte Annabelle-Puppe. Das ist die echte Annabelle-Puppe aus diesem Film. Die sieht in echt so aus. Der erste Ronald McDonald. Okay. Äh. Äh. Absolut keinen Plan, was das gerade war. Was war denn das? Da sind wir wieder. Endlich mal wieder Deutsch hier. So. Okay, ich hab keine Ahnung, was das war. Das ist so creepy. Oh mein Gott, Bro, das ist ein Gesicht. Oh mein... Näh. Was? Okay, ich hab ne Frage. Warum liegt der, war das sein Bro im Bett? Oder hab ich mich grad einfach verguckt? Also, da sah es so aus, wie wenn er neben seinem Bro ganz gemütlich am Schlafen ist. Also, wer kennt's nicht, ne? Die Übernachtungsparty. Nur zwei Bros. Und dann, äh, ja. Kommt anscheinend mal der Kuss mit rein, oder was? Alter, würde das Ding neben mir liegen. Also, man kann wenigstens sagen, hey, er ist nicht so low... Also, dann ist man nicht mehr so low-nie, ne? Also, ich mein, neben mir taucht nicht mal sowas auf. So einsam bin ich. Also, wenn ich im Bett lieg, ist da halt gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Wie dieser Zug fährt, lässt mich seltsam fühlen. Okay, das sieht super weird aus. Ist das ein realer Zug? Wirklich? Irgendwo in China oder so, so Japan oder so, ne? Seltsames Video im Internet. Okay. Was haben wir? Vielleicht kommt irgendwo ein Geist links unten. Pass auf. Oh, ich wusste es, Bro. Ist das creepy. Oh mein Gott, das guckt mich an. Ich kann nicht hinschauen. Oh mein Gott, ich kann nicht hinschauen. Junge, das war krank. Okay, das war krank. Das hat uns einfach angeschaut. Die Frage ist jetzt einfach nur, die ich mir stelle. Wie verdammt nochmal ist ihr Instagram? Weiß das jemand? Kann das jemand rausfinden? Ich würde die Dame gerne anschreiben. Die hat mir so tief in die Augen geblickt. Junge, die will mich. Das ist es, Freunde, oder? Das ist es. Endlich mag ich nicht mehr Single. Hashtag no single marquee. Imaginärer Freund. Hey, me? Wenn das mein Kind wäre, dann würde ich es erstmal... Ja. Das Kind muss ausziehen. Das Kind muss raus. Ne. Ja, das Kind muss raus. Sorry, Digger, aber... Hey. Okay, Digger. Das war ja mal mies weird. Alter, wenn das mein Kind wäre. Oder, Alter, Ebay, Kleinerzeige. Nein, Spaß. Okay, chill, chill. Also, wenn man das wieder heißen soll. Oh, jetzt sind wir in Russland. Wunderbar. Also, ich verstehe kein Wort, ne? Hat der Kuchen gesagt? Bruder, also... Bruder, also... Was war das denn? Der, das... Also, das sieht ja so fake aus. Der, das sieht ja so fake aus, oder? Das sieht einfach aus, wie wenn der überall Schnüre festgemacht hat und dann überall dran zieht. Vor allem, das ist alles so nacheinander, weil er alles einzeln ziehen muss. Guck mal. Oder? Irgendwie, umso länger man es schaut, umso creepier wird's. Jetzt wird's langsam echt ein bisschen creepy. Warte mal. Bruder, okay, warte mal. Jetzt wird's echt creepy langsam. Ist da ein Stuhl noch hochgeflogen? Okay, Bro, ich glaub, ich nehm's zurück. Also, der Anfang sah super fake aus. Das sah so aus, wie wenn er einfach alles irgendwie mit Schnüren festgemacht hat und dann überall dran zieht und es fliegt runter. Bruder, aber am Schluss ein Stuhl? Da ist ein Stuhl geflogen? Na, fam, I don't know. Vielleicht ist das ja doch echt... Der Schattenmann... ...beobachtet uns seit Monaten. Hm, ah, Fanta? Kommt da jetzt ne Fanta runter, oder was? Fanta Smart. Oder holt sich der Geist ne Fanta? Also, wenn ich so nen Kühlschrank und so nen Keller hätte, würde ich da auch nie runtergehen. Das sieht ja sowas von cursed aus. Digga, die Tür da auch im Winter runter... Also, da würde ich ja nie reingehen. Also, wenn das mein Keller wäre, Bruder, da also niemals würde ich da noch mir irgendwie ein Eis holen. Der Gefrierschrank, der wäre für immer leer, Digga, da würde es nie was geben. Mumie mit verfluchtem Schatz. Was ist denn das für ein Schatz, Digga? Oh, das ist schon creepy, Digga. Hm, I don't know. Also, was war denn das für so nen Mini-Mensch? Wie so nen Puppe, Alter, Digga. Das war ein Mini-Mensch, äh, Mini-Edition. I don't know. Also, wenn ich sowas finden würde, würde ich es nie aufmachen. Ich würde es irgendwie nie aufpacken. Ich würde es nie aufmachen. Ich würde nie reingreifen. Ich weiß ja auch nicht, Freunde, oder? Definitiv nicht ein Skinwalker. Was ist denn aus wie ein Delfin, Digga? Weiß ich nicht. Das ist ein Delfin-Mensch. Smash? Äh. Ja, umso länger ich das angeschaut habe, umso verwirrter bin ich irgendwie geworden. Freunde, ich würde sagen, für heute reicht es wieder mit gruseligen TikToks. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Like da, okay? Bei, keine Ahnung, 3000 Likes gibt es eine neue Folge. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann, Freunde, tschau!